Hallo, ich hätte gern ein Ticket für einen Film. Ja klar, welchen Film wollen Sie denn sehen? Ein Film. Bist du blöd oder tust du nur so? Nein, ein Film. Ja, aber welchen? Ein Film oder ein Film 2? Bist du blöd oder tust du nur so? Ah, ja, dann halt einfach dein Maul. Wie bitte? Halt einfach dein Maul, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, aber halt einfach dein Maul wie bitte ist das Sequel vom Prequel von einem Film. Ich glaube, ich habe es mir anders überlegt. Ein Ticket für James Bond. Öh, schlechte Wahl.